Der Tag ist gekommen. Die Neuköllner Talente entscheiden über die eingegangenen Casting-Videos. Einige tolle Unterstützer haben sie schon. Aber wer wird es diesmal sein? Wer wird ihr neuer Superheld? Das ist voll cool. Das hätte ich nie geschafft. Das ist richtig gut. Ich könnte das gar nicht. Viele Grüße nach Neukölln aus Berlin Charlottenburg, wo ich arbeite. Er spricht über sein Talent und die anderen zeigen das. Ich finde eigentlich alle beiden Videos ganz schön. Ich finde, diesen Kopfstand hätte ich auch nicht geschafft. Ich fand das erste besser. Ich fand die Filme gut, aber kann auch selber einen Ratschlag. Ich kann zwar nicht Kopfstand, aber dafür kann ich Armbänder knüpfen. Ich kann bauen. Ich kann zwar keinen Kopfstand, ich kann aber zerstören. So sieht ein fertiges Auge aus. Ein Talent ist das, was man halt kann, was nicht halt alle können. Ich glaube, wenn man bei den Neuköllner Talenten ist, dass man irgendwie sein Talent dann findet. Ich finde, dass jeder ein Talent hat. Und wenn die sich zusammentun wollen, dann könnte man vielleicht etwas ganz Großes erreichen. Nun sind Sie gefragt. Unterstützen Sie jetzt die Neuköllner Talente und werden Sie zum Superförderer. Danke! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.